Die Mädchen, alle jünger 18 Jahre, die eine Vorauswahl überstanden hatten, stellten sich einer prominenten Jury. Bei dieser Wahl kam es nicht nur auf das Aussehen an. Vor den gestrengen Jurymitgliedern mussten die weiblichen Teenager auch eine Reihe von kniffligen Fragen, die Showmaster Klang stellte, beantworten. Jawohl, das ist richtig. Ich werde von Ihnen jetzt, meine Damen, sagen, wie das Pausenzeichen von 3 lautet. Bitte machen Sie es nach. Richtig. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.